Guten Morgen Leute, erster Tag Kosovo ist der, ich bin am Arsch, ich habe Mundi, mein Mund ist trocken, wie meine ganze Zukunft, wow, Kreuzschmerzen sowieso, wegen dieser, nicht wegen dieser, wegen dieser, so, ich gehe dann zum Fruss, ja, das ist so leid, bis später, wow, das war ein Fruss, Ach ja, übrigens, wir sind gerade, ey, so in Clean, genauer gesagt in Jagot, bei meinem Vater zuhause, und, äh, jetzt fahren wir nach Bay, und ich freue mich schon auf mein erstes Frühstück, oh my god, ihr wisst ja Leute, in Kosovo geht es nur um Essen. Leute, das ist einfach nicht normal hier, das ist einfach nicht normal hier, Verkehr schlimmer als wie bei den Grenzen, ich warte hier mehr in Bay, als wie die ganzen Grenzen, was ich überquert habe, Schaut mal her, ich bin gerade in Bay, und hier ist es, full, full, full Stau, Junge, full Stau, Junge, ich will jetzt was essen gehen, mit meinen Eltern, und, äh, dann gehe ich mal zum Friseur, meine Haare weg machen, mein Bad fresh machen, mein Bad fresh machen, dies, das, ihr wisst Bescheid Leute, äh, ja, willkommen in Kosovo, ah, ich habe hier etwas für euch. Eeeeee, Rudi, Hapis, hast du gegessen? Partemix von Mietze Kotze, ha, guckst du in Auge, wie Teufel, wie Teufel? Eeeeee, Rudi, Hapis, hey Diat! Kommt nicht her, ich hatte einfach zu viel Hunger, und musste das jetzt essen, es gibt Besseres. Also, das war, das war auf jeden Fall nichts, habe ich recht, mein Freund, ja? So, Stand der Dinge ist, meine lieben Leute, ich habe schon Haare geschnitten, wie ihr sehen könnt, nur beim Gen 7, in Jurakows, ihr wisst Bescheid. Ich habe euch aber was vergessen zu sagen, meine lieben Bratans, denn morgen, ist ja bei uns ja Bayram, Kurban Bayram, und das heißt, ein Schaf vorbereiten, dies, das, ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, Schlachten, auch noch, aber das werde ich nicht im Video einblenden, weil sonst, YouTube, przt mich, und das wollen wir ja nicht, ne? Ah, 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 ich nehme euch natürlich immer mit, ihr wisst Bescheid. Nie, nie ohne mein Team, nie ohne mein Team, nie ohne mein Team, nie ohne mein Team, Junko, oder? Guten Morgen, Amonakrim. Ich war gestern, du kannst ihn amonakrim, hier rauchen. Leute, geht dorthin, es ist einfach, ganz andere Welt, Bay ist komplett andere Welt. Leute, schaut mal her, was ich gestohlen habe von meinen Onkel. Schaut mal her, ich habe ihm einfach gestohlen. Du liebst mich, oder? Ich habe dich zu viel verwöhnt, Bruder. Ich habe dich zu viel verwöhnt, Amonakrim. Es muss ja mein besten Freund mal sein. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Wie geht's dir? Sehr gut. Ah, Servas. Also Servas. Also Servas. 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 Lokon mit Minze. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Bruder, wenn ihr sowas in Kosovo sieht, dann nehmt, nehmt es, wie schmecken die? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Nimm eins raus. Komm, nimm eins raus und teste. Mern, ja. Mern, ja. Aber kein Samm. Bruder, ja. Oder Prahaibarami. Ach ja, an die Leute, Prahaibarami. Prahaibarami. Ja, an die Leute, Prahaibarami. 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 Das ist ein... Boah, der hat ja kein Ende. Wie schmeckt die? Gut? Eint mir. Ha? Du musst ein bisschen übertreiben, Bruder. Boah. Schau, das geht so. Warte. Oh mein Gott. So muss man den Leuten zeigen, wie das schmeckt. Ich komme sehr gut. Hi, drüben. Ich kann sehr gut. Und jetzt schiefe eine Hand. Hahaha. Puuu. Wallah, bin gerade in Nistok. Mit diesem Haiwan. Haiwan. Haiwan-Modus. Dann gibt es hier auch Motorräder. die normal nicht hier fahren dürfen aber das ist denen scheißegal ihr wisst ganz genau bescheid dass hier ich habe hier gesagt hier war eine baustelle baustelle und hier habe ich dann irgendwas gesagt wir sind jetzt da wir sind jetzt da und müssen da leute schaut schaut euch das an was daraus geworden ist dann das ist nicht mehr normal sorry leute hier ist es windig wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen mit dem ton verkacken aber ist egal diese du haben warum hast du mir das nicht gesagt was los wie frisch du bist singen zu haben ja kfg kfg so leute ich bin gespannt wie das hier schmeckt schmecken 1 zu 1 wie die originale kfg ja ich bin schon ganz klar ok ich bin bei kfg Kosovo lebt. Sadri lebt auch. Halt voll packen Germanisch? Ja, noch nicht. Pack, pack. Halt pack. Wie geht's? Wie geht's? Schau mal, was der für Scheiße ist. Schau mal, das Licht oder? Zwei. Halt, das sind erst. Tja, Bruder, was geht denn? Spreaser lebt. Jetzt bist du auf YouTube. 100% auf YouTube. Ist die Spreaser 38 Jahre fesches Mädchen zu haben? Ab jetzt! Oh, ja. Big Boss, was geht? Pass lebt, pass lebt. Das ist gerade alles. Nein, das ist so. Aber es ist ein Eis und Bonn. Ein Bonn, ein Bonn, ein Bonn. Ja, der Kleine. Schau, ein Hut zum Viert. Bist du auch hier Schule gegangen? Bist du auch hier Schule gegangen? Schule, Schule, Schule. Hier, du? Ja? Ja, ja, ja. Hier, mein Onkel Schule, mein Vater. Ja, hier. Du auch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, Onkel. Hey, Onkel. Hey, Onkel. Hey, geh mal Puff. Entschuldigung. Hey, geh mal Puff. Hey, hey. Boah, der Bruder gibt mir always, always. Ich will wer einer von euch, Bruder. Hier, nehm, nehm. Leute, gebt euch mal Böse. Diese Toluma. Diese Toluma. Hallo. Die gibt's nur hier in Kling. Hallo. Diese Europa. Dennis, was sagst du, Bruder? Warum den Kaffee ist mit diesem Schlaug? Ah, er ist ein bisschen so neidisch, warum bei mir mit Schlaug ist. Und der ohne Schlaug. Egal, Bruder. Nächstes Mal auf deinen Schlag. Ja, schon, oder? Aber hier ist es einfach geil. Kommt einfach hierher. Europa. Abnormale Toluma. Abnormale Toluma, ja. So, heute, Bratan. Nimm mich mal mit. Schöme Puff, oder? 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 Ja, Bruder, gib ihm Böse. 6 Uhr. Ha, ha. Schöme Puff, oder? Schöme Puff! Schöme Puff. Wer Kühe will, kann hier Kühe kaufen, Kühe und Maas. Hey, Bruder, was geht? Hey, Bruder, was lie? Wer ist denn? Krass.